. Natürlich kommt man nicht mehr aus. Jetzt hältst du ja, du bist halt ein Tick heller und ein bisschen breiter. Du machst so viel mehr Hilfe, weil deins ist mehr punktueller im Ausgang. Ich hab einen größeren Ratenstrahl. Das war trotzdem geil. Warum lässt du nicht ohne volle Party machen, Alter? Damit hätte ich das Kennmeter gerechnet, ne? Geil. Wenn du mal fette Scholle kriegst, jetzt gehts runter. Erster Night Ride. Wow. Jungs hab ich mir gerade eh wieder an den Rahmen geschmissen. Links, rechts, ja, rechts. Von laut am Drill rumspielen. Ja, ich sag, ist ein bisschen verblockt hier. Ja, vor allem. Ja, geradeaus. Ja, kürz doch ab. Das war falsch. Das war falsch. Gut, hab ja gesagt. Ne. Dann hab ich's ja vollidiot. Ja. Dann hab ich's ja vollidiot. Also die Lamp ist auch nicht so hundertprozentig mit dem Helm so. Wie ich's hab. Ups. Beinah selber drauf vorbei. Jo, meine Frontlampe, meine Lankerlampe verstellt sich. Das ist scheiße. Noch mal, noch geht's ja auf die Viertel zusammen. Wenn ich auf jeden Fall sealieren kann, cheekierle. Mach mach mach, hol mach. da hätt ich nicht abziehen dürfen da vorne müsst ihr mal auf die botenwelt gucken wenn ich die richtige erinnerung hab die sagt relativ nice so probier ob es funktioniert ob es in position bleibt dass ich wieder verstellt das habe ich echt zu spät gesehen so 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 na jo und ich hab ja noch zwei paar luft drin in der mäntel und bin ja eigentlich viel weniger geworden von prokur das kommt noch dazu wo 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 geradeaus jetzt müsste auch eine serpentine kommen und meine lampen fängt wieder an mich zu blenden hallo hier kommt donny moment ich muss auch halten meine scheiss lenkerlamp ich verstehe es sich so arg ach ach ohoi 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 wir haben china öp jetzt wollt ihr irgendwie das hinrad wieder nicht nuff ohoi scheiss laub zwischendrin Achtung loch treppe ohoi 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 wo war das jetzt? S2? gar nicht nicht abfahrt vielleicht war es zu eng war jetzt müsst ihr irgendwann gleich wieder daneben rein gehen gerade Mosabi trocken ja 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 warte mal ja ich bin schon drin ja du jemand hat hat er ein ok 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 verlauter laubsicht nix mehr ah ja hier ah